Die Tonspuren am A-Sitz bei Leogang gehen in die dritte Runde. Am Donnerstag, dem 29. Juli, gibt das international renommierte Jazz-Trio rund um Christian Mutspiel sein aktuelles Programm Against the Wind zum Westen. Der Konzertbeginn erfolgt um 19.30 Uhr. Die gemeinsame Wanderung zum Konzertgelände am Speicherteich wird von Waisenbläsern begleitet. Im Anschluss an das Konzert wird in der alten Schmiede eine Almsuppe serviert, sowie für Interessierte der Film Der Untergang des Alpenlandes gezeigt.